Hey Geindring, wieso fährst du nicht durch die Hauptstraße? Warum fahrt ihr hier durch? Warum nicht? Keiner hat nur Vertrauen in meine Fahrs-Skills Ja... Plüssen? Oder? Was? Plüssen Gefängnis Gefängnis C4 Go, 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 go Go, 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 no Come, 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 I am go, bro Oh, er ist gestorben da dran Hallo Why? Loll Ich saß halt hinter dir Wow Wow Sorry Hendrik, guck dir das Auto an Das ist versunken Nehm ich mal mit Ah Vor allem weil ich jetzt, ich hab das Ding hier festgestockt Ich hab das in dieser Drehung Aber hier ist noch eins Komm her Ich war einfach hier mit Versunkenes Fahrzeug Ja, das wollte ich doch Henni, du hast ihn in die Schlucht ge- Ich hab ihn in die Schlucht geflagen Der, der uns ge-finisht hat Ist tot Äh, ist genockt Boah, jetzt ist er tot Ganz schön persönlich, hast du den Namen gemerkt? Alter MirovaO06, ne Das war jetzt Gutes Gedächtnis so, er hat gerade alleine in 4-Mann-Squad gewollt Ja, ich hab ihn gemerkt Ja, weil Gutes Gedächtnis, ja Aber er hat gesagt, das ist äh, Drache oder ne Was ist super, irgendwas Ja, Gutes Gedächtnis Haha, eigentlich Kleinkarn Der hieß wie? Dildo Dildo vor Ort Achso, lol Ich hab da Wohrod gelesen, ich hab mich schon gefragt, was das heißen soll Ich brauch den auch gar nicht Hab den auch genommen Ich brauch den auch gar nicht Ich glaub wir haben alle gespielt Ich brauch den auch gar nicht Alter, das ist ja gut, dass ich den genommen hab Ja, ist auch sehr gut, weil ich brauch den ja auch gar nicht Das ist ja sehr gut Weil Das ist richtig gut Wir ergänzen uns der Prima Kahn, ich brauch den gar nicht Ja Ja, weil ich hab den auch genommen Weil ich brauch ihn halt nicht Ja, perfekt Alter, war knapp, ey Wie weit die gut ging das Ganz ruhig Ja, komm her, junger Mann Ich geb dir jetzt mal dein Essen Oho Oho Da Oh mein Gott Hey Junge, what the hell Er will kein Essen Er will kein Essen Er will kein Essen What the hell Junge, meine Pfanne, ich wollte nur meine Pfanne aus dem Busch holen Ich hab dich so gesehen Ja, dann komm doch Ich muss jetzt Ich schieß den Reifen kaputt Das ist geil Das ist geil, Alter, kommst du? 3 3 3 3 Was? Oh, noch einer Dann No No, Soildbuster Aber Contract Okay, jetzt guckst du diesen Drift an. Wir wollen das. Ich komm mit. Wenn du von der Klippe springst, spring ich hinterher. Ich bin nicht mehr im Wasser gelandet. Ich auch nicht. Das wäre ein sehr qualvoller Tod gewesen. Heinrich, Midsommar. Ja. Aber wir wären der Opa gewesen. Ja. Loll, die Zone steht gerade legit still. Ja. Auf dieser Seite. Weil sie sich ja auch noch nicht bewegt, du Lappen. Ey, warum sagst du gemein? Weil das ist ziemlich obvious, wahr? Nee, ich dachte immer, die bewegt sich dann so minimal. Ey, aber sie ist ja noch nicht los. Ach so. Dann kam, was ist der längste Penis der Welt? Der von Waal wahrscheinlich. Ja, das war ein guter Gäste. Woher weißt du das? Hast du den mal gesehen? Nee. Ich finde die allein des Penis wegen schon interessant. What the fuck? Ah, Sunhawk. Wollen wir nochmal Camp Charlie oder wollen wir woanders hin? Ist mir egal. Nee, das war anders. Camp Bravo. Das ist halt auch ein Tanz, der eindeutig auf weibliche Charaktere ausgelegt ist. Oder auf Jan. Das stimmt. Oh, für Jan ist der perfekt. Auf Jans Charakter ist... Auf Jans Charakter ist halt jeder Dance ausgelegt. Auf Jans Charakter ist halt jeder Dance ausgelegt. Hat man gemerkt. Was? Shut up. Die Coil. Die werfe ich gleich erstmal auf Jan. Danke. Die Menge an Gold, die sich hier drin befindet, ist wie fürängstigend. Was? Oh. Warst du das, Markus? Nein. Boah, ich hab vergessen, wie sehe ich das hier hasse mit den Containern. Wie kannst du das vergessen, Junge? Weiß nicht, hab ich mir nicht dran gedacht. Einer landet dann mit uns. Wie kannst du das vergessen? Die Schulnote 3 nicht befriedigend nennen, sondern zufriedenstellend. Das ist zwar dasselbe, aber es hört sich sehr viel geiler an. Hä, willst du niemanden befriedigen? Ne. Nicht meine Lehre auf jeden Fall. Fair enough. Aber das hier wirkt halt nicht so, als wär's hier irgendwann mal warm. Ich mein, hier gibt's Eisbären. Hä? Klimaerwärmung halt, Henrik. Deswegen sind die auch so aggro, Junge. Ja, die wollen sich rächen. Die sind so richtig gebeutelt vom Klima und drehen so voll am Rand. Deswegen töten die, die finishen sich auch direkt, Henrik, deswegen. Weil ich muss dann halt auch noch wieder nach Hause fahren, weil ich da halt mit dem Fahrrad hinfahre und ich nicht will, dass mein Fahrrad für ne Woche am Bahnhof steht. Das steht da nicht ne Woche, Henrik. Ich wollt grad... Minecraft, Steve, ist aber auch echt... Den holen wir aus der Luft, wenn du landest. Jan hat alles, das ganze Team hochgenommen. Ernsthaft? Ja. Echt alle? Ich hab drei Elefantentöterschüsse vergeben und drei Leute getötet. Der ist oben. Leute, die laufen jetzt alle hier rechts lang. Die kommen jetzt alle über die Außen. Ha! Hat Jan sie alle gewollt? Das ist mein Vater. Das ist ja alle gewollt. Das waren alle. Wir haben kein Bravo jetzt für uns. Stabil. Stabil. Jungs, stabil. Mörser! Oh, Jan ist bei mir. Max, nimm bitte keinen Mörser mit. Doch keinen. Gib mir eine Chance. Okay, eine. Dann nie wieder. Markus, wenn du jetzt damit einen Kill oder mehr machst, hast du ihn überzeugt. Ja. Ja. Ah, da ist das Geräusch. Die Gelben sind in einem Feuerfight mit Leuten, die wesentlich mehr... Oha! Okay. Max, du darfst, Junge. Wir gehen hinten auf die gelb markierten Häuser, oder? Oh, Network. Network Verzögerung. Läubert ihr auch? Ja. Ja, bei mir auch. Alter. Ey, ich fliege... Ich fliege in den Boden rein. Ich fliege einfach auf den Boden. Äh, jetzt? Okay, jetzt ist wieder gut. Ja, der Mate lebt noch. Ah, ne, tut er nicht. Ne. Den Mate hat leider auch das Zeit... Wir sind schon so Platz 24. Hä? Der Mate lebt doch noch. Leider nicht. Looter? Nein. Alter, die Steuerung ist ja so... Also auf gelb, wenn ihr Booster braucht. Schaut mal vorbei. Lasst ein Like da. Und ein Abo. Ein Abo. Aktiviert die Glocke. Ja.